Ich muss erst mal... Moment... ...da rüber. Und dann daran. Ja, ich nenne dich L. Ja, und ich unterstütze dies. Ups. Mein Name ist General Shepard. Nee, wie hieß der? Lol, ich stelle mir grad vor, dass statt Mario und Luke gerade die Wände hochspringen. Aua, meine Füße! Okay, Moment, ich hole mir jetzt erstmal die Wario-Mütze, einfach weil ich's kann. Babam, bam, bam. Oder weil ich's nicht kann. Hier, hier, hier. Weil ich jetzt erstmal knarren will. Nö, nix mit Selbstmord hier. Mario-Time! So, und... Oh, das war knapp. Die Fledermaus ist mir grad völlig egal. Und ich geh da lang. Weil ich dann wieder meinen Trick versuchen kann. Ups. Da ist er ja schon unten. Ich hätt jetzt gedacht, er fällt noch tiefer. Ja, hab ich ja auch gedacht. Okay, also, da versuch ich's nochmal reinzukommen. Ha, gleich beim Ersten. Obwohl das gar nicht so gedacht ist. Möchte ich meinen. Ich wollt' ja hier eigentlich Luigi sein, aber das ist mir jetzt völlig egal gerade. Als Wario müsste es eigentlich auch gehen. Ach, und da sind die Münzen, die ich suche. Ist es ein tolles Gefühl, mit dem Nathan und Venus Wright Let's Plays ein Stück Kulturgut geschaffen zu haben? Äh, Frage. Was ist bitte Kulturgut in der Hinsicht? Oh, ich sterbe hier. Das gibt's nicht. Nein. Komm schon. Und das war's. Ich fass es nicht. Aber wenigstens kann ich jetzt noch mal versuchen, mit Luigi diese Münzen zu holen, weil die brauche ich definitiv. Oh mein Gott, voll. Sushi, okay. Das bleibt bei Sushi. Das bleibt bei Sushi. Okay. Es gibt da einen Zuschauer. Wenn man seinen Namen abgedürzt, heißt er Sushi. Ah, ja. Das war bestimmt auch der Grund, warum die das in My Little Pony so genannt haben. Nein! Selbstmordmünzen, Kommando, ich fass es nicht. Gibt's doch nicht. Äh, damit meinte er, äh, Unterhaltungs- und Internetkultur. Äh, das macht's irgendwie grad nicht besser. Nein. Nein, keine Ahnung, also, ja, äh, ich fühl mich dabei so, als ob ich das nie getan hätte. Weil im Grunde, klar, äh, es ist, für die Leute, die Layton kennen, es ist, äh, Internetkultur-Kram, aber es kennen halt gar nicht so viele. Da kann ich noch nicht sagen, dass das viral wäre. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich das wäre, dann, 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 dann wäre ich richtig stolz auf mich. Aber vorher, ja, ähm, es ist was Schönes für ein paar Leute und das war's dann auch. Ich hau' dich. Ich hau' dich, du Goomba. So. Ähm. Ähm. Ja, ich mach jetzt erstmal mit Luigi weiter und zwar auch, äh, ich, ich hol mir die blauen Münzen da. Mach's. Boing. Die sind mir nämlich erstmal am wichtigsten, damit ich auch die 100 vollkriege. Sonst bin ich mir da nicht so sicher. Oh Gott. Wirklich? Welcher war bisher ein Lieblings-Este-Tourney-Fall? Äh, bisher hatten wir ja noch nicht so viele. Layton versus Ace-Tourney eingeschlossen. Was? Layton versus Ace-Tourney eingeschlossen. Ja, das waren trotzdem noch nicht so viele. Ich würde nie und nimmer, also, ehe ich nicht mindestens die ersten drei Ace-Tourney-Teile gespielt habe, werde ich mich zu sowas nicht äußern. Weil da würde, das wäre gemein. So. Geht doch. Ähm. Ops. Achso, okay. Okay, jetzt geht's hier richtig los mit den... Danke, Hase. ...Münzen. Beziehungsweise her, Hase. Okay, hier geht's weiter. Hier. Hier. Oh nein! Ich fang nochmal neu an. Oh. Ja, ich will das haben. Moment. Ähm. Ich muss dazu wieder runter. Hätte ich das mal nicht gemacht, aber naja, jetzt bin ich auch... ...Axidophiziert. Ich bin Axidophiziert. Axidophiziert. Wow, das ist echt ein schönes Wort. Außerdem, es heißt Axidophiziert. Ja, sorry, Axidophiziert. Ich habe auch schon ein paar Freunde Axidophiziert. Ich habe noch niemanden Axidophiziert. Ich erzähle eigentlich nur sehr wenigen davon. Wenn ich überhaupt mal erwähne, dass ich YouTube-Kram mache, dann erzähle ich nur das. Und nicht als was und wo und wie. Das ist nämlich so eine Sache. Ich finde, das sollte man nicht jedem auf die Nase binden. Ja. Erst recht nicht Leuten, die vielleicht nicht gefallen an sowas finden würden. So, diesmal kein Selbstmordkommando bei den Mönnen. Hier lang. Zu mir. Und dann denkt er sich, nein, wir wieder weg. So, den Wario haben wir zwei jetzt erst mal. So, dann will ich jetzt noch diese Spinne da. Genau dich, du. Also, Axidoph, man muss echt sagen, in der Kameraeinstellung siehst du richtig geil aus. Das kommt bei den anderen Let's Player gar nicht so gut rüber. Hä? Es ist ein Homo. Hat wer was gesagt? Ja, hat es gesagt. Full Homo. Ich finde das besser, als No-Homo zu sagen. Ja, weil das klingt dann immer so, so... Die Homos sind scheiße, deswegen bin ich keiner. So kommt das immer rüber, wenn Leute No-Homo sagen. Ist mir doch egal, ob jemand No-Homo ist oder nicht, oder... Beziehungsweise... Oh Gott, jetzt fange ich auch mit dem Satz an. Aber nein, ich meine jetzt... Das ist so... Das ist so... Man muss nicht unbedingt sagen, man ist nicht homosexuell, weil selbst das Gegenteil auch nicht schlimm wäre. Hm. Stimmt. Homofeindlich. Mhm. Aber deswegen... Aber deswegen... Ja, weil... Full Homo, weil mir das so gefällt. So, und diesmal... Diesmal... Geht's hier runter. Tja, äh... Diese Frage wurde bereits beantwortet. Wer es nicht gemerkt hat, Pech. Boah, das tut's halt einfach alles zu wissen. Ja, du weißt es sowieso, das ist klar. Ja. Ja. So, und... Diesmal schaffe ich das richtig rum alles. Moment. So. Da, da. Und alle. Egal, ich... Komm hier raus. Komm schon. Ja, ich hab's. Ja. Erstmal gerettet. Richtig, das ist klar. Ähm, da. So. Jetzt bin ich oben. Ja, das war... Das war auch so geplant. Das war nur... Es hat nur ein bisschen länger gedauert. Als es geplant war. So. Jetzt bin ich erstmal hier oben. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich... Auch ja... Mich festhalte. Und außerdem wollte ich sehen, was auf der anderen Seite ist. Wo diese... Oh Gott. Oh, Box ist da. Das Ding. Das ist doch bestimmt... Ja, ich halte mich da auch raus. Tee. Hm, Tee. Ein Leben. Ich trinke echt gerne Tee. Da wird er sich aber freuen. Oder auch nicht? Hilfe, jemand trinkt mich. Ich war ja auch nur zu... So, wie viele Münzen kann ich denn eigentlich noch irgendwo kriegen und wie viele habe ich schon? Hm. Ich kann noch ein paar Münzen. Das ist echt wenig. Im Gegensatz zu vollen. Aber andererseits, ich war wahrscheinlich noch nicht bei Nessie. Ja, ich war noch nicht bei Nessie und... Ne, was noch nicht? Und ich habe hier noch nicht das Auge, hier auch noch nicht die 16 Münzen. Das sind sowieso schon mal 21 mehr. Wie wäre es mit Flachwitzen? Oh Gott. Flachw... Nein. Wir sind doch keine Flachwitzer. Und da lacht er. Ich glaube, der... Entweder war der jetzt zu schlecht oder kam nicht an. Ich glaube, der war zu schlecht. Nein. Das machen wir nicht, Tee. Nein. Was machen wir nicht? Wir machen keinen Tee? Nein. Aber guck mal, was Tee geschrieben ist. Tee. Tee hat Tee geschrieben. Nein. Wäre es mit... Oh. Trauerndes Leben. Nein. Danke. Nein. Ach übrigens. Nein. Hast du schon nein gesagt? Ja. Hm. Vielleicht meint er aber auch Braustein. Genau. Nein. Ach, ach, Sten. Hm. 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 Brauchst denn? Nein. Ich will jetzt einfach ein anderes Wort essen. Oh Gott. Jetzt kommt schon wieder dieses mit dem weiblichen Schwein. Nein, das... Ah, ich hole die mir. Egal ob es... Ah. Ich hab sie. Wegen drei Münzen macht man sich so einen Umstand. Nein. Da ist was Böses drin im Chat. Hm, hm. Jetzt nicht mehr. Oh, oh, oh. Gib jemandem Macht und der missbraucht sie. Wah. Das machst du schon gut so. Ich mag Leute, die Macht missbrauchen. Oh, okay. Was ist das? Was ist das? Nein. Eigentlich nicht. Mario 3D Land. Nein. Nein. Das ist ein falscher Satz. Der Satz, ich spiele jetzt Mario 3D Land auf meinem DS, stimmt nicht. 3DS. Genau. Jeder, der das Ding DS nennt, ist... Entschuldigung, ähm... 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 Kann das ruhig so machen, aber ich find das nicht gut. Wir wollen ja politisch korrekt bleiben. Genau. Und jeden tolerieren... Über die Politik vom Bäum. Und jeden tolerieren, der Sachen macht, die nicht tolerierbar sind. Warum? Äh, du, ich bin ganz kurz weg. Ich bin in einer oder zwei Minuten wieder da. Okay. Du wärst nicht die Erste. Der erste Komodetator, der mich einfach im Stich lässt. Ganz alleine. Nein, ähm... Riffel zum Thema Weintrauben. Na. Oh, jetzt nochmal nach oben. Und dann haben wir auch bald die 100 Münzen. Ich fass es nicht. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Das ist ne langweilige Fahrt. Ähm. 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 Moment mal. Ich hoffe, ich stehe in Skype noch oft beschäftigt. Dann merke ich das sowieso nicht, wenn mich jemand anruft. Ähm, ähm, ähm. Und da sind die zwei Münzen, die ich noch will. Und dann bin ich auch fast schon... Äh. Dann bin ich ja fast schon an den 100 dran. Fehlen nur noch 15. 15 Münzen. Ähm. Und ich überlege gerade, wo ich am besten hin kann, wenn ich dann weiter welche haben will. Ich gehe mal so rum. Hmm. Hmm.